Wann hast du zum letzten mal dein iPhone ausgeschaltet? War das vor zwei Wochen? Vor einem Monat? Oder letztes Jahr? Ich erzähle dir jetzt, wieso das auf Dauer schädlich für dein iPhone ist und wie oft du stattdessen dein iPhone ausschalten solltest. Und du erfährst auch, ob du mit dieser Methode die Lebensdauer deines Akkus verlängern kannst. Tatsächlich gibt es viele gute Gründe dafür, dass du regelmäßig – und damit meine ich am besten einmal pro Woche – dein iPhone neu starten solltest. Auf die Gründe dafür gehe ich gleich ein. Zunächst zeige ich dir kurz, welche Möglichkeiten es gibt, dein iPhone auszuschalten. Du kannst ganz klassisch in die Einstellungen gehen und dann in das Untermenü Allgemein. Dort findest du ganz unten den hervorgehobenen Menüpunkt Ausschalten. Einfach draufklicken, den Slider nach rechts schieben, fertig. Eine zweite Möglichkeit ist, du drückst auf einen der beiden Knöpfe an der linken Seite, also Lautstärke hoch oder runter, hältst diesen gedrückt und dann drückst du auch den Knopf auf der rechten Seite, die sogenannte Seitentaste. Das hältst du so für ca. eine Sekunde und dann kommt ebenfalls der Slider zum Ausschalten. Und es gibt noch eine weniger bekannte dritte Möglichkeit. Du tippst kurz auf Lautstärke hoch, dann kurz Lautstärke runter und hältst dann die Seitentaste gedrückt. So, nachdem wir das geklärt haben, kommen wir aber zu den drei wesentlichen Gründen, warum du dein iPhone regelmäßig neu starten solltest. Zum einen kann es sein, dass sich mit der Zeit Schadsoftware auf deinem iPhone angesiedelt hat. Und damit Schadsoftware so richtig schädlich sein kann, muss sie im Idealfall möglichst lange auf deinem iPhone bleiben. Viele der einfachen Hacks kannst du ganz einfach unterbinden, indem du dein iPhone neu startest. Denn dann werden alle Programmroutinen einmal unterbrochen und diese Schadsoftware wird dabei entfernt. Das heißt also, im Klartext, obwohl das fast unglaublich klingt, durch regelmäßiges Aus- und Wiedereinschalten machst du dein iPhone sicherer. Das ist ein wichtiger, aber nicht der einzige Grund, der dafür spricht. Das Cache-Memory, also der Zwischenspeicher deines iPhones, wird bei einem Neustart gelöscht. Das kannst du sogar selbst nachvollziehen. Gehe auf iPhone-Speicher. Hier siehst du einen Punkt Systemdaten. Das ist der hellgraue Balken hier ganz am Ende. Darunter sind Daten, die für den Systembetrieb immer gebraucht werden, aber eben auch zwischengespeicherte Daten, die an einer Stelle mal nützlich waren, inzwischen aber überflüssig sind. Schalte dein iPhone aus und diese Daten werden gelöscht. Ich habe das hier mal bei mir gemacht. Und zwar habe ich einige Videos von meinem iPhone gelöscht. Hier ist der Status, Achtung, nach dem Löschen der Videos, aber vor dem Aus- und Einschalten. Und so sieht es nach dem Neustart aus. Das heißt, auch der Systemdatenspeicher ist nun weniger voll als vorher, weil der Speicher einmal komplett aufgeräumt wurde. Dritter Grund fürs Ausschalten. Der iPhone-Arbeitsspeicher, das sogenannte RAM oder Random Access Memory, wird dabei einmal geleert. Das wirst du vor allem bei älteren iPhone-Modellen bemerken, denn die haben meistens mit wenig verfügbarem RAM zu kämpfen. Mache ihnen und dir das Leben etwas leichter, indem du regelmäßig dein iPhone ausschaltest. Du wirst sehen, dass dein iPhone danach wieder schneller arbeitet und sich besser bedienen lässt. Bleibt noch die Frage zu klären, verlängerst du durch das Abschalten des iPhones auch die Akkulaufzeit? Ganz klares Nein, aber. Neustarten selbst sorgen nicht dafür, dass dein iPhone-Akku neu kalibriert wird oder sowas ähnliches. Aber wenn du schon vorher weißt, dass du dein iPhone für ein paar Tage nicht benutzen wirst, dann hilft es deiner Akkulebenszeit, wenn du das Handy aktiv selbst ausschaltest. Denn damit wird der Akku in der Zeit gar nicht beansprucht, entlädt sich nicht, dein Handy bleibt einsatzbereit und auf Dauer kann das zu einer längeren Lebensdauer deines Akkus führen. Und der allerletzte Punkt zum Thema iPhone-Abschalten ergibt sich quasi aus dem, was ich gerade eben gesagt habe. Schalte das iPhone eigenständig und proaktiv aus, wenn der Akku noch nicht völlig leer ist. Mit anderen Worten, lass das wöchentliche Ausschalten nicht einfach dadurch geschehen, dass du den Akku sich voll entladen lässt. Denn das ist auf Dauer auch nicht gut für ihn. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du am besten die Akkulaufzeit deines iPhones verlängern kannst, dann schau dir direkt als nächstes dieses Video an, denn da erfährst du, welche 15 Einstellungen du in deinem iPhone abschalten solltest. Am besten jetzt gleich. Also jetzt sofort, meine ich. Ja.